Hinten, an den Farmen. Ja gut, jetzt traue ich mal den Scheiß hier weg. Also Kabel weg. Dann die Teleport-Pipe hier rein. Dann brauche ich noch so eine Waterproof. Dann brauche ich eine Redstone-Maschine, habe ich da. Ich brauche irgendeine Fackel. Irgendwas, so. Bis der einfach das umpumpt. Ich gehe ins Bett. Dann muss ich ein bisschen Reinforced Stone loswerden. Diese Pipes brauche ich auch nicht mehr. Oh, nichts wie weg hier. Jetzt passiert folgendes. Ah scheiße, ich habe die Putten-Pipe vergessen. Holz habe ich und Glas habe ich. Aber keine Werkbank. Meine Güte. Meine Güte. Achso, die muss ja mit Schlauch sein. Ach scheiße, echt, das ist so ein Kotzen. Echt klasse. Hmmm. Echt klasse. Schlauch ist ja auch. Jetzt reicht es aber. Jetzt hole ich nämlich diese Biomasse hier. 10, Pipes, 0. Passt so. Dann hier. Kommt nämlich jetzt schön hier rein. Kommt nämlich jetzt schön hier rein. Das müsste eigentlich alles aufgefüllt werden. Zumindest die Maschinen. Sehr schön. Stimmt das? Ja, alles ist cool. Und hier haben wir ja noch keinen Strom. Da holen wir dann noch Benzin und pumpen das in diesen Tank. Und dann läuft das automatisch an, weil Strom generiert wird. Dann läuft diese Pumpe hier automatisch an. Ja, die sind jetzt glatt. Wieso laufen die? Die laufen, weil hier leer ist. So komme ich hier nicht rein. Ah, jetzt produziert sie schon Benzin. Na ja, dann läuft das ja dann automatisch ein. Muss ich mich überhaupt nicht um nichts kümmern. Hier müsste dann jeden Augenblick Strom kommen. Wo pumpt denn der das Benzin hin? Ach, hier unten. Das läuft noch nicht. Ah, hier fehlt der Receiver. Und hier haben keinen mehr dabei. Gibt es da nicht. Ist da noch irgendwo ein Receiver? Hier drunter ist einer. Ich mache da einfach einen rein. Transmitter, ne, klasse. Hab ich nicht dabei. Gleiches Schluss. So. Ich nehme das jetzt einfach hier am Stück auf. Auf diese ganze Geschichte. Und dann mal sehen, wie viele Folgen das werden. Boah, klasse. Echt super. Echt super. Echt super. In Spitze. So. Das ist ein Receiver. Also brauche ich Schalter. 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 Stickys habe ich da, ne. so. Und lustigen Redstone. Reicht nicht ganz, aber macht nichts. So. Dann habe ich wieder Schalter übrig. Ich habe noch etwas gehabt. Eisen. So. Das ist blöd, dass man hier nicht rankommt. Achso. Die Teleport-Vibe. Jetzt gehts. Cool. Jetzt müsste ich hier auch. Ja. Sehr schön. Gut. Dann kommt hier noch mal der Siever rein. Bang. Aus. Und jetzt müssten auch die Generatoren automatisch anlaufen. Der Tank gefüllt werden. Jetzt müsste auch die Pumpe laufen. Ne. Achso. Ja. Stimmt. Die kann ja nicht laufen, weil hier nicht ON ist. Gut. Dann können wir das jetzt anschließen. Aber dann liefert der ja auch, ne. Ja. Gut. Soll er das machen. Ist doch mir egal. So. Redstone-Pipe. Hier. Cool. Jetzt legt das Ding los. Wasser wird aufgefüllt, ne. Cool. Cool. Weil wir natürlich hier Strom haben. So. Voll. Gut. Dann pumpen wir jetzt das restliche Benzin noch rüber. So. Tüss. Machen wir das so. Ja klar. So. Dann hier die Maschine und die Telefon-Pipe und eine Fackel. Scheiße. So. Dann haben wir es. Jetzt können wir das hier alles so stören. Okay. Ja. Und das müssen wir jetzt rüber drücken. Mal gucken. Mal gucken. Das kriege ich unter. Nehm ich nämlich hier. Mal gucken. Aber ja alles sehr schön. Kiste. So und da kommt jetzt erstmal Fährteleise rein, dann kommen die Tanks unten rein, also ein paar technische Dinge, Eimer, Stone Waterproof, das tue ich jetzt alles hier rein, dass wir einfach immer was vorrätig haben, ein bisschen Kabel brauchen wir ja auch, Rainfossil Stone lasse ich da und das sind so Dreck und Baublöcke. Scheiße von jedem einen, so eine Fackel kann man ja auch nur brauchen. So, was sind jetzt mit dem Benzin? Ach jo, sollte das vielleicht empfangen lassen. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich hoffe ich habe nichts verkehrt gemacht. Diese läuft, diese läuft. Alles ist voll, Lava hat dann natürlich ein bisschen verbraucht. Hier haben wir nichts mehr da, was ja logisch ist. Das wird das mit Absicht so gemacht, dass das hier ausgeräumt wird. Wir könnten was reinschmeißen. Wir haben noch ein bisschen was da, aber nachts läuft der Wassergenerator auch nicht. Oder doch? Wieso? Ach, weil hier nicht voll ist. Okay, na dann schmeiße ich mal noch ein paar rein. Nicht alle, weil es kann durchaus sein, dass wir die mal brauchen. Und hier fülle ich nochmal auf einmal und dann machen wir uns noch Gedanken über diesen Fertilizer. So, halt hier sind nur noch 17. Na super. Das wird nämlich Timing mäßig gesteuert. So. Jetzt habe ich kein Bett dabei. Wie ist denn das? So. So. Scheisspennerei, ey. So. Frebs kurz neu starten. Adi hallo. Jetzt müsste der, weil Tag ist, auch hier wieder auffüllen. Da müssen ja jede Menge... Ne, wieso kommen die nicht? Ach du Scheiße, weil hier... Ach du Scheiße. Hier. Ach du dickes Ei. Weil wir nicht hier weiter leiten müssen. Nach unten und nicht. So, wo ist denn das? So, jetzt zischen sie ab. Jetzt müssten die aber ankommen. Nö, lol. Fallen die raus? Ja, wieso fallen die raus? Ja, wieso fallen die raus? Na ja, das ist, das ist, na ja, eigentlich stört es mich nicht. Ich finde es sogar gut so. Ist das jetzt hier aufgesteuert? Rot ist heißt Connected. Okay. Dann müssten hier doch irgendwann welche kommen. Ach, hier ist nichts mehr. Ansonsten stimmt ja alles. Ich lasse das jetzt auch so. Mit dem Einfeld. Die erntet ja relativ weitläufig. Dann kann ich die hier noch rein stopfen. Da ist noch was gewesen. Habt ihr das gesehen? So. Da liegen bestimmt noch mehr. Ich wette drum, da liegen noch mehr. Ne. Sollen sie doch ins Wasser fallen. Alles was überschüssig ist, fällt dann ins Wasser. Alles was überschüssig ist, fällt dann ins Wasser. Oh, nicht. Hauptsache das Teil läuft hier. Hier ist jetzt Schluss, ne? So. Cool. Blöd Mann, haut da immer hin, ja. Aller Bauern-Schwanz. So. Okay. Voll. 43 also, hm. jetzt müssen wir das einfach mal beobachten ob wir mit diesem feld so wie es jetzt ist hinkommen wenn nicht ich habe hier den harvester weggeschlagen wo habe ich den eigentlich ist eine gute frage eingepackt hier irgendwo im rucksack da könnte man jetzt noch etwas nachschieben einfach so so geht er nicht muss man auch noch eine leitung hier überziehen und das verbinden hat er jetzt was geerntet ich habe doch irgendwas gesehen er hat zwei weit geerntet bis hierüber das war ein ganzes stück das brauchen wir jetzt eh nicht so oh du seid einfach spult gucken was hier noch drin ist 19 dann fülle ich die hier noch ein wieso fällt das hier her ach hier wegen dem scheiß receiver so hier das ist das problem das ist nicht gut so dann mache ich den hier weg jetzt habe ich irgendwas weggeschlagen spitzeig das ist doch ein aller bauer weggeschlagen spitzeig wir machen es hier das ist fast besser ach mensch das ist wirklich sauer das gibt es doch nicht oder das ist Mist dass der das einfach wegschlägt ja so massiv so jetzt können wir nämlich hier sehr wohl ein receiver her machen und dann habe ich keinen dreck da sagt bloß es pflasterstein ein das wäre so schön er ist ja nämlich weg so darf das hier ja das darf jetzt bin ich aber oh sau dämlich ne achso da muss ich aufpassen wegen diesem transformator also glas da stört mich auch der plasterstein ach das ist alles wie man es macht macht man es echt verkehrt so jetzt aber dann haben wir hier ein bisschen platz zum gehen aber jetzt kommt ja alles oder das ist schon wieder zappendus da hier könnte ich jetzt was reinfüllen weil so gucken wo wir die rein tun so wutendran sport wutend borderpuff pipe was ich alles dabei habe für ein schrott ne ich könnte mir aber endlich mal reciber in den rucksack tun so und das werkzeug gleich wieder weg halt werkzeug ist grüner rucksack Und die hier, die muss ich jetzt irgendwie mit durchwurzeln. Die 64 ladet man hier ein. Ja, mit den Receivern versucht er natürlich das abwechselnd. Ich dachte, das macht er nicht, dass halt über diese normalen Pipes die Receiver bestückt werden. Aber anscheinend doch. Aber jetzt nicht mehr, da sie jetzt nirgendwo mehr connecten. Hier könnte man noch eins hochgehen. Ah, da kommt es. Cool. Obwohl, hier komme ich überall prima drunter weg. Gut, ich mache mal kurz ein Bäuchchen, lasse das laufen, klinge mich dann wieder ein. Bis gleich. Oder ich probiere dich via den höherenоже弾 at. Und wir werde einiges durch. Und dann erscheinen. Ich arbeite. E Mut also, dann reicht aus father look. Vielen Dank.